Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern informierte in der Staatskanzlei am 12. April über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die Corona-Lage entspannt sich. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist rückläufig und auch die Auslastung der Krankenhäuser geht zurück. Wir mussten in unserem Land alle Landkreise und kreisfreien Städte zum Hotspot erklären und damit die Schutzmaßnahmen, also die massenlich und testlich, noch länger beibehalten als andere Regionen des Landes. Das war die richtige Entscheidung, wie wir sehen, geht es jetzt runter und in die richtige Richtung. Und deshalb haben wir uns schon letzte Woche entschieden, den Stiftbeschritt-Werkungsmaßnahmen zu machen. Ab Gründonnerstag fällt die 3G-Regel in Cafés, Restaurants und Gaststätten. Neben der Gastronomie fällt diese Regel auch im gesamten Kultur- und Freizeitbereich, beim Sport- und bei körpernahen Dienstleistungen, sowie beim Besuch von Messen und Veranstaltungen. Dort gelten zukünftig nur die Maskenpflicht und Abstandsregeln. Optional können diese wegfallen, wenn auf der jeweiligen Veranstaltung die 2G-Plus-Regelung beachtet wird. Beim Tourismus bleibt die 3G-Regel allerdings vorerst bestehen, so auch die 2G-Plus-Regelung in Diskotheken und Clubs. Prof. Dr. Lars Kaderali von der Universitätsmedizin Greifswald ist Mitglied des Expertenrates des Bundeskanzleramtes und berät auch die Landesregierung MV. Ich habe heute Morgen empfohlen, denn noch das Masken tragen, weil es umarbeitet ist, wie gesagt, die 7-Tage-Infektion liegt bei 1.345. Das heißt, es ist immer noch ein sehr hohes Infektionsgeschehen, auch wenn es rückläufig ist, dann hat es durchaus noch Sinn, sich vor der Infektion zu schützen. Und über die Osterfeiertage wird deshalb auch empfehlen, weiterhin mit Schnelltests an privaten Treffen sich abzusichern. Die Maskenpflicht bleibt weiterhin bestehen. Die Hotspot-Regelung in den Landkreisen und kreisfreien Städten läuft am 27. April aus. Sollte sich die Corona-Lage weiterhin gut entwickeln, wird die Regel endgültig verabschiedet. Damit würde dann auch die Maskenpflicht auslaufen. Eine dringende Empfehlung zum Tragen einer Maske bleibt allerdings weiterhin bestehen.